Hi Youtube, was geht da? Heute wird es toxisch und zwar toxisch unterhaltsam denn wir spielen Ligo de Legandos und zwar Earth innerhalb der Freundesgruppe kann man nichts anderes als Liebe natürlich erwarten in so einem Spielmodus Ich hoffe es gefällt euch, wenn ja dann bitte liken, kommentieren, abonnieren und ich freue mich, viel Spaß mit dem Video Bis zum Abend nochmal ein Ja und so gönne ich auch einen Ey, hast du meinen Hab dich liebgeradig eigentlich noch gehört? Ja ich hab noch schnell, ich hab gelacht dann krieg ich dich auch Ey Tanne Wann wollt ihr Sonntag was machen? Ich glaube ich muss Liegestütze machen Wann? 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 Monte wann? Wann? Wann wollen wir Sonntag was machen? Mhm Ich wollte Sonntag was machen? Wann denn? Gegen Abend denk ich mal Ja Superbowl abends Was heißt abends? Null Uhr Ja? 18 Uhr? 18 Uhr? Okay, bis wann? 20 Uhr? Okay, was machst du denn die Morgen fragen wie sie arbeitet? Ja, war ein Spaß, eher so 20 Uhr bis 6 Uhr morgens, 5 Uhr morgens Jetzt ohne Scheiß? Ja, Superbowl Ja, dann bin ich raus Das kann ich nicht machen Du Alien warum? Mach doch einfach mal Tagschi bei was Jungs Also wir spielen jetzt Earth Ich spiel nicht Solo-Lane Habt ihr alle keine Arbeit? Hast du eine? Jetzt halt ich nicht Ja, ich hab einen Entdeckert natürlich Scheiße, wen wannen wir denn? Keine Ahnung wie ich wannen soll Ich weiß es auch nicht Ich hab Shaco gesucht, hab ihn nicht gefunden Achso, deswegen hab ich ihn nicht gefunden Also wer geht mit Lane? Ich nicht Ist das jetzt Earth oder normal? Earth Earth, du bist ein Hund, das du durchschimmert hast Ich schwöre, war nicht mit Absicht Er hatte ne Fresse Auf Ernst sogar Also ich verwirre, war nicht mit Absicht Ach keine Ahnung, ich glaub ich spiel Ari Ich wollt auch Ari wählen Ja, dann spiel du Ari, meine Fresse, Digga Kragas 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 ist wild Kragas ist wild Ist der gut? Jungs, habt ihr schon mal UD gesehen, ne? Dauert eh, Bruder Ja, aber mein erster Pentakill in Minute 2 oder so Ja, weil ich gesagt hab, du sollst nicht spielen, Digga Ja, und du warst Yuumi, glaub ich sogar, ne? Nee, Sting glaub ich Ja, das war echt krass Aber das war crazy, Digga Geh ich in den Jungle? Geh ich in den Jungle, Männer? Nein, wir gehen auf Lane, wir gehen auf Lane Smet raus Aber das Video Was soll ich nehmen? Wie ein Löwe Wie ein Löwe Das Video gibt's gar nicht mehr, Tana, ne? Echt? Mh Auf deinem LOL Account, oder nicht? Hab ich das da gespeichert? Das war natürlich wild Irgendwie ohju Nee, ist aber Auf LOL Account Du speicherst ja nur auf Dings Auf Hardware Ja, der Gegner Ich bin immer Full Tank Ja, stimmt, du hast recht Also ist gone Schade Das war echt ein krasses Ding Ich hab's glaub ich auch mal aufgenommen, aber ich weiß nicht, ob ich das noch irgendwo in den Highlights hab oder so Okay Oh Geh Alter, das ging ja richtig fix, ey Alter Schwede Mein Güte, ey Oder was? Ich weiß gar nicht, was ich auf uns war Simon, wie geht's, Mats? Ja, so weit, ne? So weit So weit Das ist Halleberger, Digga Da kann einer nicht gelaufen Oder wer geht Bordklang, Digga Der wurde gehandicapt bei der Geburt Simon ist dein Onkel Simon ist dein Onkel, Bruder Was erwartest du da? Junge Can, such dir einen Job Ey, Simon Ja Du hast recht Ich hab auch tatsächlich Bewerbungsgespürt Ich dachte, du bist selbstständig Ja, aber ich brauch's auch irgendwie Teilzeit auch was machen, Digga Ja, das stimmt Jungs, wie kann das sein, dass ihr alleine verheilt, Digga Junge, du läufst einfach an alle rein, Digga Das ist sozusagen Ne, Digga Die Frage ist, warum hat keiner Bildschirmvertragung an? Ne, weil das gute Frage Also in meinem PC schafft das nicht Oh shit, Simon Dann solltest du mal wohl einen neuen holen Ja, leichter gesagt als getan Hast du meinen 2.000 Euro über oder hast du? Ja Jungs, Digga Ich werd einfach am Spiel gelaufen Digga, ich bin noch hier, Taller Was soll ich machen? Wo kann ich spielen, John? Auf der Macbook Auf der Macbook Finanzierung Ich hab kein Macbook Hä, hattest du nicht Macbook? Ja, aber Ja Ne, hab ich doch Also ja, ich hab ein Macbook Okay, doch, hab ich doch Ja, stimmt Du verkaufst dein PC Machst eine Anzahlung daraus Deine Restzahl zur Anzahlung Jungs, die bleiben top, ne? Ne Ja Ja, so was mein ich Ja, Gavis und ich wussten letztens auch gegen viele Leute kämpfen Oh, ich bin ein Farmen-Monster Ja Ich bin mit John auf ner Lane Ich kenn den Fassen, Leute Das kann, du witzig wäre Junge, guckst dir an Nicht getroffen Ja, nicht einfahren Steht John schon 0-1? Ja, selbstverständlich Natürlich Simon, ich bitte nicht Es gibt Sachen, die ändern sich auch nicht Weißt du, was ich meine? Oh, ey, bei mir leckt das mega, ey Oh, ey Ich bin zu seinen Falten Was machst du, Alter? Ich bin vegan Keine Ahnung wer, Digga Huh, hast du was gewinnen? Die wollen meinen Arsch haben, Digga Kriegen die aber nicht Löwe Ein Löwe, Mann, ey Ey, was war das denn? John ist tot John ist tot Simon auch Jetzt weg Er stirbt noch Da ist ein Loch Ich will den Klingberg Belieb einfach Ich will den Klingberg Belieb einfach Jawoll Memo Alex, so sind die Hater Du Dreckiger Ich hab dich nur gepusht Ich leck dich Ich leck dich Ich leck dich total wie Nurensohn, Digga Ey, warte mal Ich muss mal hier Das ist los jetzt geht's los jetzt haben wir sie an die eier blöde wie ein blitz jung aber wenn die level 6 sind digga bin ich jetzt mal instant tot hey jungs ist nicht schon ein neues addon für ww rausgekommen nach dragonflight achso ne das nicht ich hab irgendwie was gesehen ich blege wie ein Hurensohn digga so wie ein verdisconnected bro wann kommt das Ende des Jahres muss ich vielleicht wieder in die ww sucht bei dragonflight habe ich einfach direkt zwei max-charaktere hochgelevelt weil es so viel Spaß gemacht hat wie ehrlich so viel spaß hat es dann ja schon ich hab auch also auf level 70 gemacht aber das war es dann noch in der level 70 400 item level oder so naja war ein druide ne ein druide der der hat Spaß gemacht ich schwöre Can ich bin alleine einfach Dungeons gelaufen nur mit druiden kann man sowas auch machen das war so geil ne ich schwöre hochleveln war auch einfach gar kein Problem dann lass mich nicht da ne alle in den Dungeons reinlaufen komm dann komm ich weiß gar nicht wer wer noch einen druiden gespielt hatte aber irgendjemand hatte noch einen druiden gespielt das war auch todok das war so john no chance guck viel auf dem minimap mit deiner ultischen ulti äh Kills klauen ey john ich schwöre bei mir lag das so geisteskrank digga es ist unmöglich diese Irelia zu töten digga sie kriegt nicht mal Schaden sie hat einfach Tau äh sie hat einfach Dings Magic Resistment Boots und ich mache hier keinen Schaden mehr hey Toplane wir sind ehrenlos digga Lassen Wollen wir switchen Lanes? Wollen wir? Toplane Bootswit Nein ich kann nichts machen weil bei mir die ganze Zeit der dreckige Scheißmonitor zusammenbricht ja lass switchen Jungs ich hab geultet ich hab das im Griff ich mach meinen Job Job ich hab das im Griff aber der Tower ist gleich down die Wayne macht gleich schön den Tower ja lass auf jeden Fall switchen Jungs komplett switchen? ja jetzt oder wir holen die ey äh 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 das ist echt unhöflich digga ich kann auch nix machen Junge digga wie lange bin ich gestunnt? ich kann ja gar nix machen gegen den Dude ich wusste doch wir hätten David nehmen sollen was? wir hätten dich als Teammate nehmen sollen wer ist denn jetzt in der Mitte? du? du in meinem Fall dann sollte jemand anders da sein so danke oah ich krieg die Amt heilig aus ach so ich dachte wir wär Senna bitte? ups ich hab keine Chance um einen Lane Jungs ich helfe euch mal alles cool wir pushen einfach top durch ok einer hat die Memo bekommen ja die pushen wir brauchen zu 5 solange wie einer von denen für nen Tower digga nicht mal einer von denen macht es schneller sogar naja wir müssen auf jeden Fall back Jungs nein wir ziehen das jetzt durch ja guck mal wie viel Schaden die unten machen Digga was ist das denn? hey die ist OP Jungs die sind alle dead äh hat Digga richtig geklappt easy Digga easy wer ist Iridia? die Potsche die hält ab Shad müssen back gehen die Potsche komm dann mach wohl lieber ein DRAKE bestimmt ja ja auf jeden Fall bei Botlin ist bei euch ja echt gut gepusht aber das ist das geht noch Digga ok haha höch ja das ist DRAKE ja Männer ich bin so ehrenlos aggressiv gerade wegen diesem Drecks Internet ne also Vodafone kriegt bald so ne Ansage Vodafone ist bei mir David Speed und Angriff Youtube Statement Simon Tonneberger gegen Vodafone ja haha extra Blatt extra Blatt haha Simon Tonneberger wie ich mit Vodafone ja was wird als nächstes passieren? pickst du easy da jawoll ey lass Harald machen let's go ok ich bin dafür dass du den nehmen ich hab schon abgestimmt also wir müssen alle drei von den Dingern töten alter was ist das denn? wir müssen alle von den töten dann machen wir mehr Towerschaden ja ey Jungs mir interessiert euch gar nichts ne? Ulti halt Ulti bereich hol dir doch noch mal weg Mensch das ist kein Harald wir machen mehr Towerschaden was? was meinst du? ob du noch Fußball spielt zusammen ja ja einmal immer wieder mit Pausen ne? weil immer wieder was dazwischen kommt aber auf dem besten Wege digga uns fehlt noch ein guter Torwart uns fehlt noch ein guter Torwart dann mein ich nur ja ich kenn da jemanden der spielt bestimmt für uns Jungs der hat auf jeden Fall Lust drauf ja ja nach einer Münster-Verträgsklasse ja ich kann mir das ja mal angucken ne? ich hab auch ich hab auch aus eigener Erfahrung ich hab auch aus eigener Erfahrung englischen Rasen ne? ja 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 genau Schade eigentlich sie ist nicht gestorben auch Beat Rom as wir sagen eitig Jogard ist schon sehr eklig weißtu wer viel ekliger ist Digga heheheh nein du willst mich bestimmt darauf denken nein ich älger wie crazy Gidas len sterben nem Angst in Earth, Jungs. In der Bubble, Alter. Denkt ihr, der tötet mich einfach direkt? Wahrscheinlich. Oder spuckt er den nochmal in den 3-Pickern. Drake, Jungs, ne? Aber egal, eure Lame wird gefinisht. Ja, unsere Base ist einfach weg, Jungs. Aber dazu hab ich nochmal den Shattern of Jogart bekommen, keine Sorge. Mach mal den Drake, Jungs. Drake. Hä? Jungs, das ging schnell. Oh, da hat die mir aber Oni anfängt. Digga, das ist so weg, das Game. Holy fuck, ey. Sada, was haben wir falsch gemacht? Alles. Schon in der Queue angefangen. Ey, Yasin ist auch da, mit Rocky. Wir spielen Veteran. Ja, scheiße. Oh, Alter. Ob Rocky auch wirklich Rocky ist oder ob das Ari ist? Ach, was soll ich machen, Digga? Base, 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 base. Ich bin da. Nöööö, ich auch. Oh, Alter. Er hat einfach unser Taun raus, hat nichts gemacht. Er hat einfach unser Taun raus, hat nichts gemacht. Er hat einfach... Ich bin ein Vega-Nerf. Ey, brauchen wir eine Runde TFC spielen? Ja, Mann, Digga. Wer bist du denn, Digga? Junge, ich hab... Boah, so einen gehört. Ich bin doch nicht mit Can in einer Runde, warum wir da runter? Okay, Digga. Ich schwöre sehr ehrenlos von euch. Aber was sind wir da warten bei Türken, ne? Nein. Yo. David. Digga. Ich weiß, jetzt sind wir auch noch alle Töne. Manze, was war los? Ich bin Vollbild, Jungs. Ist du dir so? Hm? Ich bin wieder zurück im Spiel, je nachdem was die Disconnection dieses... Also das ist echt... Tana, überlebst du das? Ne, ne? Auf keinen Fall, Digga. Renn weg, Tana, renn weg. Yo. Nee, da wird richtig alles. Oh, Alter. Wer ist das? Ey, Voli, wer macht Ex-Pecke, Leute! So? Voli, wer macht Ex-Pecke, Digga. Kommt er weg. Er kann nicht mal Ex-Pecke machen. John, deine Bildschirmübertragung ist weg. Ja, ich weiß. Ich leg David. Aha, aus Play. Oh, ist Voli wieder unten. Ja. Süßer? Ja. Oh mein Gott, Digga. Team! Team Diff. Team Diff. Na gut, wer Diff top? Digga, ich hab... Nice Diff. Digga, ich kann nicht alles Diffen, Jungs. Wir haben hier ein Voli-Band. Ja, dann Diff doch mal top und nicht irgendeine scheiß Lane. Nein. Da, wie du anstimmst. Nein! Digga, ich hab uns gesaved. Oh nein. Du hast jeden gesaved aus der... Aus der... Aus der... Aus der... Aus der... Aus der... Aller Digger. 16. Jungs! Wait, 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 wait! Oh, ich hab sie fast getötet! Junge! Hast du R gebrannt zusammen? Ja. Ja. Ja, sehr gut überlebt. Q R hab ich gehört. Boah, Alter. Du hast ja richtig auf Play. Digga, Digga, Digga. Du musst gar nicht mehr, wo links von rechts ist. Ich glaub, ich hätte nicht mal die Q machen müssen. Scheiße. So wie... So wie... So wie... So wie das D schauert zu Vega. Ich meine... Warte mal, guckt euch das mal an hier. Das ist schon eine Hausnmai. Ja, hier. Hier. Ja? Okay. Oh, stark, stark. Da kannst du mir gestohlen bleiben. 1200. Uh, 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 uh. Digga, ich kann da nichts machen gegen die Tanks, Digga. 1,13! Soll ich... Soll ich nicht einmal kommen? 1,13! Als Maul, Digga. Digga. Bist du Support oder Pürzen assist? Hm. Und? Bei 2L sagst du auch nichts. Ja. Bei 2L. 1,13! Komm mal, wir hier rocken das noch. Let's go! Let's go! Let's go! Lass sie herkommen, lass sie herkommen. Nur nicht Cho'Gard zuerst angreifen, Jungs! Nur nicht Cho'Gard zuerst angreifen! Aha! Und wir greifen Cho'Gard zuerst an! Aha! Ja, Cho'Gard macht halt Frontline, ne? Weg ist die Vayne! Weg ist die Vayne! Nee! Jungs! Oh mein Gott! Vayne und Irea tot! Ich muss kurz... Ich geh in die Basis! Ich geh... Ich bin in der Basis! Let's go! Malfight next! Malfight next, Jungs! Also die Waves sind kein Problem, Jungs! Die mach ich schnell weg! Keiner hat gern, dass die Waves kommen! Ich glaub, die wollen langsam! Weg mit dem! Hey, 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 hey! Hey, 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 hey! Hey, 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 hey! Hey, hey! Hey, hey! Junge, Arvid muss immer Vayne roten, ne? Ja, ja! Aber Vayne gerade auch gecaged und dann... Nur wie cool, war weg schon! So, wo ist der Cho'Gard? Wo ist er? Hey Cho'Gard! Ich mach Jungs! Ja! Wir Jungs! Meine AP steigen und steigen, ey! Ja, wie ich sag... Meine auch! Ich hab jemanden! Und Vayne auch! Ey, die können nix packen! Ja, ab in die Base! Wir kämpfen einfach immer weiter, Jungs! Wir kämpfen einfach immer weiter! Genau! Bis unser Next! Nicht catchen lassen, Jungs! Nicht catchen lassen! Ja, ich try's! Aber... Männer, ich... Wollen wir den Disconnect? Nice! Sehr gut, sehr gut, sehr gut! Disconnect, Kassi! Ja, die machen Barron, aber müssen wir geben! Ja! Kann ich nicht! Ich kann ihn nicht lassen! Digga, Hüsa, das machen wir jetzt nicht, denn du bist kein Held, okay? Manche Helden tragen keine Capes! Warte mal, Can, du sagst 18 Assists, du brauchst nur einmal R drücken und natürlich dann kriegst du ganz leicht Assists! Ist doch logisch! Okay! Meint die Barron Minions machen jetzt mehr Probleme? Ich glaub nicht, oder? Oh nein! Oh Gott! Boah, hast du Glück gehabt! Komm mal Base, komm mal Base, komm mal Base! Ja, oh mein Gott, Jungs! Ult! Einfach zurück! Einfach zurück! Hallo! Hallo! Ich wollte sie ulten! Es ist scheißegal, komm zurück! Okay! Oh mein Gott, ein Territ gespawnt, Digga, das kann richtig mieser enden hier! Jungs, ey, das... Nicht fighten! Oh mein... Okay, wir müssen... Was ist das denn? Was ist das? Melfein weg! Oli bei an der Basis! Oli bei an der Basis! Hilf doch, Hüsa! Da, Simon! Da, Simon! Ja! Schade, ja, Digga! Hab ich mich drauf eingelassen, Jungs! My bad! Der Luz geht auf meine Kappe, Jungs! Ich hab sie fast noch gedöhnt, aber hast du... Hüsa, Mann! Nur wegen dir verloren! Mann! Mann, ey! War das halt in Ranked, bro? Hä? Ich kriege ich einen Schwarzen kriege ich! War das in Ranked, bro? Ja, war Ranked! Minus LP! Mano! Wusstest du? Wusstest du? Boah, ich hätte fast Can gehonored, Alter! Boah! Ich, Can! Plätze Spielführer! Du bist als Käpt'n ein bisschen vorangegangen! Wir sind auch leider nur 2. Platz, Jungs! Haha! Immerhin, Digga! Liga-Trapp'n, Jungs! Oh! Der Damage-Graf, Jungs! Guckt euch das mal an! Ja, wir haben beide am meisten Damage gemacht! Ich weiß! Wir beide! Hahaha! Hahaha! Hahaha!